Musik Moritz versucht an meinen Beinen vorbeizukommen und ich setze beide Füße hinter seine Fersen, meine Finger zu den Beinen nach außen und ich drücke die Knie langsam und vorsichtig nach hinten außen. Sobald er gefallen ist, komme ich auch hoch auf die Knie und kontrolliere. Sobald er gefallen ist,